Hallo, hier ist dieser Parole mit dem Thema Präsentation mit Markdown und Remark.js. In anderen Screencasts habe ich die JavaScript-Bibliothek Reveal.js vorgestellt. Dies ermöglicht HTML-basierte Präsentationen zu erstellen. Remark.js ist eine JavaScript-Bibliothek, die unter Einsatz von Markdown-Code HTML-Präsentationen generiert. Nebenbei, Reveal.js unterstützt ebenso Markdown und ist doch noch umfangreicher als Remark.js. Remark reicht aber durchaus für schnelle und einfache Präsentationen. Für eine Präsentation ist folgendes notwendig. Eine HTML-Datei, die Remark.js JavaScript-Datei, die mittels Script-Tag eingebunden wird. Und noch ein bisschen JavaScript-Code, hier von Zeile 34 bis 36. Die Variable-Slideshow für eine neue Präsentation, die mit Remark.create erstellt wird. Die Markdown-Zeilen werden in einen Text-Area-Tag mit der ID source geschrieben. Und zwar hier, von Zeile 8 bis Zeile 31 zu sehen. Das sind die Folien. Markdown ist eine vereinfachte Auszeichnungssprache. Wer noch nie was von Markdown gehört hat, kann ruhig mal bei Wikipedia nachschauen oder die Seite markdown.de besuchen. Der Folientitel folgt nach dem Hash-Schriftzeichen. Hier, Zeile 12, Zeile 16 und Zeile 24. Drei aufeinander folgende Minuszeichen am Anfang einer Zeile markieren das Ende einer Folie. Es bedeutet, hier fängt eine neue Folie an. Zum Beispiel das ist die erste Folie, das die zweite Folie und das die dritte Folie. Mittels Class, Doppelpunkt, Center oder Wide oder Left und Middle oder Top oder Bottom erfolgt die Textausrichtung. Die Formatierung passiert per CSS. Weitere Informationen, zum Beispiel zur Konfiguration oder wie man externe Markdown-Dateien einbindet, befinden sich im Wiki. Und so sieht dann die Präsentation aus. Die Präsentation kann man aufrufen, indem man einfach die HTML-Datei mit dem Browser lädt. Das ist die erste Folie, dann die zweite Folie und die dritte Folie. Deck.js, Reveal.js und Impress.js sind weitere Bibliotheken für HTML-Präsentationen. Das war unser Powerful-Doben-Screencast. Ciao und viel Glück!